Schatz, kann ich mir mal dein Schminklicht leihen? Was für ein Schminklicht? Na, das da oben. Das da oben ist doch kein Schminklicht, das ist zum Zocken da von Logitech, ist neu. Ich bin mir sicher, das ist zum Schminken da. Definitiv nicht, aber wie auch immer. Jungs, will mir mal ganz kurz was zu trinken holen. Was machst du da? Schminken? Ja, aber warum an meinem Platz? Na, weil das Licht so gut ist. Dann bestell dir doch ein eigenes, das bedeutet nicht, wenn ich gerade zocke. Ich bin mitten in der Runde. Komm, du musst gehen.